Spannende Musik Es ist sehr schmerz hier. Was soll ich hier machen? Sit down and meditate. Nein, reicht nicht. Danke, danke, Wasser. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Sie sehen? Das ist ein sehr... Shut up! Das ist ein sehr, sehr darkes Ort. Und ich denke, ich werde dieses Ort auf dem 7. Oktober auf dem 7. Oktober für diese Buchmesse. Es wird ein Event für die Buchfaire. Es geht auf der Pole Position mit Schizomatik mit diesen Deepak Menschen und mit diesem Mervel Verlag. Und natürlich mit mir, mit Swami Doshananda. Und ich werde ein paar Refreshings von mir. Ich werde diesen Ort von Ushis und Mushis und Bop und Cocks bringen diese heavenly light. Und natürlich, wir will celebrate von diesem sehr strange Schepanski. Do you know was Schepanski ist? Das Ape. Aber er ist der der von apes. Und jetzt ich meditate hier. So dieses Ushimushi Bobcock place will be holy. Komm auf 7. Oktober. Boah.